Ah, da bist du ja, du süßes kleines Ding. Was machst du denn hier draußen ganz allein bei all diesen bösen Zombies? Oh Gott, Anna, du bist umzingelt! Und irgendwie ganz schön vollgekottet. Du musst rennen, Anna! Rennen! Win! Nach rechts! Oh nein, das andere ist rechts! Ich halte die auf. Lauf, Anna, ich deck dein Rücken. Du musst einfach keinen durchkommen. Komm zu Mama, jetzt wird gemetzelt. Nimm das! Und das! So, jetzt wird Zeit für Geschnetzeltes. Das müsste der letzte gewesen sein. Eve? Hier drüben sind Pillen. Kommt mal rüber. Oh, Anna. Ähm, du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Warte, ich mach mal einen Screenshot. Hey, auf mich zu fotografieren. So hübsch ist meine Spielfigur dann auch wieder nicht. Ja, Anna, ist ein Snickers. Immer wenn du Zombies siehst, wirst du zu Diva. Anna, deine Pillen. Ja, ich komm ja schon. Also hier lag auch noch ein Molotow-Cocktail. Aber den hab ich mir schon eingeheimst. Boah. Die rote oder die blaue Pille, Mr. Anderson. Egal, ich fress die ganze Dose auf einmal. Das sieht von hier aus irgendwie ganz schön bescheuert aus, wie du die Pillen-Dose inhalierst. Ich hoffe mal, dass ich die Nacht überhaupt noch schlafen kann bei dem ganzen Aufputschzeug. Hattest du dir nicht bei Outlast auch ein 6er-Pack Rentenbull vorher reingezogen? Oh, Outlast. Erinnere mich nicht daran. Oh, Brrr. Ach, Brrr. Outlast. Sag Mädels, komm mal in die Puschen. Ich will nachher noch was einkaufen, bevor die Geschäfte zumachen. Was denn da? Hallo, ein Abend ohne Pizza und Bier geht doch wohl nicht. Hm, vielleicht gibt's ja irgendwo in den Schutzraum. Dann müssen wir ja schon fast durch sein, dann kannst du ja doch noch einkaufen gehen. Aber Anna, wir haben doch gerade erst angefangen. Naja, ich wollte nur ein bisschen Optimismus verbreiten. Sag mal, hört ihr das auch? Seid mal kurz still. Da weint jemand. Oh, scheiße. Das ist ein Mädchen. Die braucht unsere Hilfe. Nein, Pan, warte. Keine Zeit. Ich muss dir helfen. Pan! Ich bin echt zu alt für diesen Scheiß. Ah, da bist du ja, du süßes kleines Ding. Was machst du denn hier draußen ganz allein bei all diesen bösen Zonis? Du, ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Lass uns einfach verschwinden und vorbeilaufen. Keine Angst, ich hab hier alles unter Kontrolle. Check mal mit meiner Taschlampe fixen. Oh, komm. Pupillenreflexe und dann können wir weiter. Glaub mir, ich weiß genau, was ich tue. Ich hab das schon mal in so einem Film gesehen. Ah! Hilfe! Hilfe! Dieser Crystal, die verfolgt mich! Das war ja so klar. Nein! Nein, verdammt! Sakura, holt mich raus! Pan, Pan! Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Sakura, wo seid ihr? Wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen sexy Kid-Fight für mich entscheide, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Denn dann gibt's nicht nur drei neue Super-Zombies, sondern endlich auch eine Zocking-Queen-taugliche Waffe für mich. Und es könnte eventuell auch passieren, dass einer aus dem Team drauf geht. Wer das sein wird, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Bye, bye! Bis bald! BAY 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 BAYBAY BAY 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 Untertitelung des ZDF, 2020